hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal die mich noch nicht kennen ich heiße rosemarie und ich habe diesmal wieder was in der whatsapp gruppe gekauft was kleines und ich möchte euch das gerne zeigen einmal habe ich hier das von belou diese pflegende cremeschaum gekauft preise kann ich euch aber jetzt nicht genau sagen es aber für kleines geld so 1 2 euro habe ich glaube ich dafür bezahlt 2 euro ja genau 2 euro bestimmt so eine drehe genau oder 1,50 euro weiß ich jetzt gar nicht mehr genau ich hätte 3 euro bezahlt plus versand 5 euro ja genau also hier glaube ich 1 euro und das hier habe ich dafür von neonel habe ich 2 euro bezahlt genau das ist die farbe aber preise kann ich euch jetzt nicht mehr genau so sagen aber so in der richtung war es glaube ich so gewesen genau ich hoffe man kann es gut sehen genau das ist diese wunderschöne nutfarbe ich zeig euch noch mal auf so sieht das einmal aus so sieht die farbe aus so sieht man es glaube ich besser riefen auch gar nicht so ist auch komplett voll sie haben auch geschrieben dass es nagelneu ist es noch nicht verwendet wurde das ist von neonic color uvg polish die farbe cookies und milk und die nummer ist die wenn sie euch interessiert die nummer 1 0 2 1 1 1 2 strich 3 ich zeig sie euch noch mal ich hoffe ihr seht das gut glaube ja das ist die farbe die ich mir gekauft habe und dann hat die liebe mir noch zwei proben reingetan einmal von basis sensitiv so eine feuchtigkeitscreme mit wie viel gramm mit bitte ohne parfüm vegan ist neue und wie viel kram steht nix da so wie sie mal die kampfheit dastehen komisch steht aber beruhigende feuchtigkeitscreme und dann habe ich hier noch eine von no kosmetik all in baui baui creme fünffache keramide komplex bloß anix mexicana stärkt die haut barriere und verbessert den feuchtigkeitscreme feuchtigkeitscreme haushalt der haut genau sind zwei milliliter drin ist auch 100 prozent vegan steht hier morgens und abend eine kleine menge auf dem gerad gereinigtem gesicht auftragen und einmassieren genau genau ohne tierversuche ohne pflanzen versuche und ohne paket ich weiß nicht was das genau bedeutet dass sie das ist tier das ist lang und das ist so ein kleines teil weiß ich nicht was das genau ist genau die zwei proben war noch mit dabei gewesen genau und diese sorten habe ich mir gekauft für kleines geld genau die blue flasche ist auch komplett voll das spüre ich genau nicht so wie letztes mal dass sie halb voll war und nicht wirklich bescheid gegeben habt dass ich voll halb voll war das fand ich nicht schön aber naja ist egal jetzt ist halt passiert ich hatte mit ihr auch geschrieben darüber und gut ist es und ja genau das war unsere kleine whatsapp gruppe gewesen also wir sind ganz liebe mädels da drin es kann eigentlich jeder der was verkaufen möchte oder nicht vielleicht nicht sagt okay ich möchte kein beauty verkaufen ich möchte lieber ein paar produkte kaufen das kann man auch da gibt es immer von jedem verschieden ist von ritual von ganz verschiedenen cremen oder was man in den boxen vielleicht nicht braucht färchen pinsel augencreme oder nahrungsergänzungsmittel da gibt es eigentlich meistens alles was man da bekommen könnte also was die mädels verkaufen die junger die frauen und ja sind alle ganz nett und ja genau deswegen bin ich auch in der gruppe mit dabei ja genau so meine lieben ich hoffe dass gerne wieder euch gefallen ich sage sie bis zum nächsten shopping einkauf wenn der wortse gruppe